Oh, hallo Kinder! Na, macht ihr einen Schulausflug? Ja! Ja, wir sind hier, um alles über die Schreienergie zu lernen und darüber, wie man ein Schrecker wird. Dann ist heute euer Glückstag, weil ich nämlich ganz zufällig ein solcher Schrecker bin. Und alles, was ich weiß, habe ich auf der Uni gelernt. Auf der Monster-Uni. Das ist die beste Schrecker-Uni auf der ganzen Welt. Von wegen. Schreck-Tecke ist die beste. Natürlich. Ihr schaut einfach zu und sagt mir dann, welche die beste ist. Alles klar? Monster-Uni. Das war sehr gefährlich, Kleiner. Ich wusste nicht mal, dass du da drin warst. Wow. Ich wusste nicht mal, dass du da drin warst. Nicht schlecht, Kleiner. Michael, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?